Musik Seelöwen gehören als Wasserraubtiere zu den Ohrenrobben. Sie sind im Vergleich zu Seehunden, welche zu den Hundsrobben zählen, auch an Landrecht geschickt. Diese kalifornischen Seelöwen leben an der Westküste von Nord- und Mittelamerika, vom südlichen Westkanada bis nach Westmexiko. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen die Seelöwen aber im Wasser. Mit ihrer Fähigkeit, bis in 100 Meter Tiefe zu tauchen und dabei bis zu 15 Minuten unter Wasser zu bleiben, sind Seelöwen für ihre Beute gefürchtete Jäger. Sie sind derart schnelle und gewandte Schwimmer, dass sie die Kleinfische, Lachse oder Tintenfische, von denen sie sich zur Hauptsache ernähren, im Sport einzuholen und zu packen vermögen. Seelöwen können über 27 Jahre alt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020